Moin Leute, was geht, herzlich willkommen auf Webkanal zurück. Wir reden heute über Ricochet Anti-Cheat bei Activision. Ein tolles System, oder? Erinnert ihr euch alle dran, wie sie seit Anfang von Ricochet uns als Community angeworben haben, wie geil das System ist und was für geile Sachen es macht, wenn es einen Cheater irgendwie detectet? Also es macht die Waffen von ihm untauglich, es lässt ihn die ganze Zeit durch die Map fallen, es nimmt ihm die Waffen weg, es macht andere Spieler für den Cheater unsichtbar. All diese Sachen hat Team Ricochet, wie sie sich bei diesen Schnappstrosseln nennen, ja irgendwie immer wieder promotet und ich habe von Anfang an gesagt, das ist echt cool, was für Features das hat, aber wie viel genau bringt das, ist eine andere Frage, weil du kannst alle Features dieser Welt in so einen Anti-Cheat reintun, wenn das Anti-Cheat gar nicht in der Lage ist, Cheater überhaupt wirklich zu analysieren, dann, das ist wie ein Porsche, der 5000 PS hat, aber keinen Reifen dran hat, so, ja, klingt super, aber ist halt gar nicht hilfreich. Und genau das ist das Problem, warum jetzt unter anderem Nadeshot, einer der einflussreichsten COD-Spieler und mittlerweile Owner von 100 Fees, kennt ihr wahrscheinlich alle, einer der größten COD-Brands mittlerweile, öffentlich bei Twitter ausgerastet ist. Und das, Leute, neben diesen geilen Oberarm, ihr dürft gerne einmal gucken, ja, das sind Holy-Oberarme, ich zeige euch warum. Okay, okay, ich bin ein bisschen mittlerweile wieder zurück im Training, rastet nicht gleich aus, es sieht jetzt vielleicht noch nicht aus wie Arnold Schwarzenegger, aber ich finde, muss man ganz ehrlich sein, das ist jetzt noch nicht so schlecht, ne? Der rechte Arm hat auch ein bisschen mehr Umfang im Trizeps als der linke, aber das hat andere Gründe, über die wir jetzt nicht reden. Also, Leute, was ist los gewesen dieses Wochenende? Mehrere Pro-Gamer, genauso wie normale Spieler, haben extrem, extrem bittere Spielstunden hinter sich gehabt und ich habe überhaupt gar nicht gecheckt, warum, weil dieses Thema Anti-Cheat, gut oder schlecht, ist ja schon so alt wie Activision und Ricochet halt alt ist und das gerade in Ranked, das absolut Cheater-verseucht ist, dürfte keinen mehr überraschen. Wir sind aktuell bei circa 33% Cheater in den Top 250, das waren wir letztes Jahr auch und das ist auch der absolute Grund, okay, ich kriege hier WhatsApp-Nachrichten, cool, das ist auch der absolute Grund, warum ich persönlich zum Beispiel auf Ranked gar keine Lust habe. Ich hatte Riesenlust, Ranked zu spielen, aber absolut nicht, wenn in jeder Runde ein Drittel des gesamten Teams cheatet und ein Drittel des gesamten Gegnerteams. Und die Leute haben dieses Wochenende wohl eine volle Prisung Cheater-Wichser abbekommen und dazu hat sich dann jetzt Ricochet tatsächlich, also Team Ricochet sind ja Entwickler bei Activision und den Entwicklerstudios geäußert und ich zeige euch mal, was sie geschrieben haben. Das ist die Nachricht, die sie geschrieben haben und das ist etwas, was man am Freitag schon gesehen hat. Cheater waren in der Lage, Perks zu nutzen, die noch überhaupt gar nicht in dem Game sind und konnten mit diesen Perks einige Dinge machen, die nicht möglich sein sollen. Und hier schreiben sie dann, das Ricochet-Anti-Cheat-Team hat einen Spike, also einen extremen Ausschweif sozusagen, an Cheater-Reports von der Community festgestellt. Überraschung, Leute, euer Anti-Cheat ist scheiße und die Leute melden es natürlich. Und dann sagen sie, ja, wir testen gerade irgendwie noch zusätzliche Sicherheit, bla bla. Es ist immer dasselbe, was sie erzählen. Es funktioniert halt trotzdem einfach nicht gut. Und haben gesagt, wir haben den Game-Code so geändert, dass Limited-Time-Perks wie Superspeed nicht verfügbar sind, so dass die Cheater, die aktuell diese Software nutzen, da nicht zugreifen können. Das Witzige ist, da gab es Gerüchte, dass am Wochenende, 16. bis 20. Februar, das gesamte Anti-Cheat von Activision, Ricochet, gar nicht funktioniert hat. Eben weil man mit einem Schlag plötzlich so viele Spieler überall gesehen hat, die Wall-Hack hatten, Aim-Bot hatten, Speed-Hack hatten. Ich habe Videos gesehen von Leuten, die den Raketenwerfer in Vollauto schießen konnten. Absolut spannend, was die Cheat-Hersteller alles mit dem Game anstellen können, was Activision anscheinend nicht unterbinden kann. Und hier haben sie dann geschrieben, es war nur ein kleiner Teil der Software offline, aufgrund von irgendwelchen Tests oder so. Und ein Ergebnis davon war, dass wir euch jetzt mitteilen können, dass wir zwischen dem 16. Februar und 20. Februar 6.000 Accounts gebannt haben. Wisst ihr, Leute, 6.000 Accounts gebannt? An einem Wochenende? An einem fucking Wochenende? Wenn man mal guckt, Call of Duty ist auf Platz 14 mit aktuell 80.000 Spielern. 6.000 von Leuten, die auf Steam und sonst wo gespielt haben PC, sind gebannt worden. Würde man nur das hier nehmen, wären das beinahe 10% der Spielerbase, die an einem Wochenende gebannt worden sind. An einem Wochenende. Da kann man natürlich fragen, was ist mit diesen Accounts vorher gewesen? Übrigens faszinierend hier immer wieder so Games wie Pal World und Grand Theft Auto V und Naraka Blade Point. Kein Hass gegen diese Games. Einfach den hier, den Big Player auf dem Markt dermaßen in den Schatten stellen. Es ist Wahnsinn. Und diese Antwort von Ricochet habe ich heute gelesen und musste schmunzeln, weil es ja eindeutig zeigt, dass das Anti-Cheat nicht funktioniert. Und dann bin ich hier so bei Charlie Inter ein bisschen runtergescrollt und habe folgendes gesehen. NateShot schreibt. Er schreibt, Call of Duty, ich liebe euch. Und wer es nicht weiß, NateShot, wenn man mal guckt, 2,9 Millionen Follower, der Owner von 100 Thieves, 8 Mal COD Champion gewesen, ehemals Captain von Optic Gaming, absolute einflussreiche Person, eigentlich immer sehr nüchtern, sehr neutral und er ist voll ausgerastet. Und er schreibt, Call of Duty, ich liebe euch. Ich liebe all die Bundles und all die Sachen, die ihr uns zur Verfügung stellt, auch wenn Leute was dagegen haben. Ich kaufe es alles, aber bitte, Ricochet ist absolut terrible, also absolut schrecklich und egal, was für Daten und Infos ihr mit uns teilt, es funktioniert nicht. Ranked MV3, sagt er, ist verseucht mit Cheatern und er will gar nicht wissen, wie es bei Resurgence aussieht. Ich habe mal bei ein, zwei Streams geguckt, viele haben mittlerweile Resurgence Ranked aufgehört, weil es wirklich Cheater gegen Cheater nur noch ist. Es ist absolut krank und wenn so jemand wie NateShot sowas schreibt, ist das schon, das ist Zucker für alle wie mich, die auch einfach die Schnauze voll davon haben, dass das so unter den Teppich gekehrt wird, dass es einfach im Gaming-Areal bei COD ein Problem ist. Er sagt, ey, es ist eigentlich alles wie letztes Jahr, aber er sagt, ihr habt uns das Movement zurückgegeben, das Gunplay ist okay und auch der Content ist gar nicht so schlecht. Ihr tut so viele Sachen richtig, aber es hilft nichts, wenn eine der wichtigsten Sachen, nämlich ein faires Spielerlebnis für alle, nicht mehr möglich ist. Er sagt, ich liebe dieses Spiel und wir sind auf dem richtigen Weg, aber bitte, bitte, bitte fix diese Probleme mit dem Anti-Cheat, bevor ihr es weiter per Marketing betreibt, bevor ihr es weiter promotet, bevor ihr weiter über Cheater lacht, denn es funktioniert einfach absolut gar nicht. Und wenn ihr in diesem ganzen Post mal runter schaut, haben wir von zwei sehr bekannten Cheat-Herstellern sogar Meme-Poster unter, die sich drüber lustig machen und sagen, naja, also wir haben am Wochenende einfach nur mehr Kunden gewonnen und das war's. Die ganzen Cheat-Hersteller, und ihr kennt die Namen, ich kann es auch COD-Cheat bei Google eingeben, hast du es auch, machen sich über Anti-Cheat von Activision lustig. Das ist eigentlich das Traurigste des Ganzen. Und da kamen natürlich dann auch viele, die gesagt haben, das hat hier auch Charlie Intel bei sich auf dem Account vermeldet, es gibt immer mehr Leute, die sagen, sie wollen Konsole-Crossplay-Only, denn unabhängig davon, ob ein Kronos für irgendwelche Lappen jetzt funktioniert oder nicht, auf den Konsolen ist kein Cheater-Problem. Null. PS5, Xbox, die New-Generation-Konsolen, da gibt es kein Aim-Bot, kein Wall-Hack, wenn es das irgendwie in irgendeiner Art gibt, ist es 0,001%. Die PC-Plattform, das hat nichts mit den PC-Spielern per se zu tun, aber die PC-Plattformen sind das Problem für die ganzen Cheat-Sachen, ist das große Problem und Charlie Intel schreibt das und das hätte ich auch sagen können, das Matchmaking würde nicht mehr funktionieren, wenn man aus dem Matchmaking-Pool die Option für Konsolenspielereien tut, nur noch unter Konsolenspielern zu spielen, auch wenn es diese ewige Debatte beenden würde zwischen Maus und Tastatur. Klar, ihr könnt immer noch mit einem Controller am PC gegen andere PC mit Maus spielen, aber es wäre dann das kleinste Problem im Gegensatz zu, alle können gegeneinander spielen und Konsolenspieler regen sich über die Cheater auf dem PC auf, die PC-Spieler regen sich über Controller-Spieler und Aim-Assist auf, die Konsolenspieler regen sich über PC und FPS auf und den neuen Audio-Equalizer, die es für Warzone gibt und und und. Und dann eben, das ist so ein bisschen der Schlussakkord von dem Ganzen, sagt Charlie Intel auch, die einzige Art und Weise, wie das Anti-Cheat wirklich dramatisch verbessert werden kann, ist, wenn Activision den selben Weg geht, wie Ryan Gapes und Valorant gegangen sind und mehr Daten von den PCs abfischt von eben allen Spielern von uns, mehr private Daten rausfischt, einfach um zu erkennen, welche Stellschrauben die Cheat-Software dreht, damit die Cheat-Software von Anti-Cheat-Ricochet nicht erkannt wird. Ich finde es so maximal traurig, dass wir immer noch dieses Problem als eins der größten Probleme in der COD-Franchise haben. Wir haben auf der einen Seite das Problem Matchmaking, SBMM und auf der anderen Cheater-Problematik. Und diese beiden Probleme teilen diese gesamte Community so weit auseinander, dass Leute wie ich, die eigentlich sehr, sehr passionierte Gamer sind, dieses Spiel links liegen lassen, weil all diese Probleme einfach nicht in den Griff bekommen werden. Und dann alle paar Wochen so ein neues Gimmick zu sehen, was Ricochet angeblich kann, ist persönlich, finde ich, einfach sehr, sehr enttäuschend. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein bisschen über das informieren, was am Wochenende war, warum ihr eventuell viele Cheater getroffen habt. Ich hoffe, ihr seid, wenn ihr weiterhin COD-Aktiv zockt, nicht zu traurig, nicht zu nervig. Und falls ihr fragt, ja, das Gameplay, was ihr zwischendurch im Mindergrund gesehen habt, ist mit einem hohen Ping. Ich habe ein neues VPN getestet, was mir empfohlen wurde, und werde es jetzt noch zwei Tage heimlich weiter testen. Und eventuell werde ich euch dann verraten, was es war, oder ich werde es nicht tun, wenn es nicht gut ist. Lasst mich eure Meinung zu dem Thema Cheater wissen. Ich verstehe bis heute nicht, warum man cheatet in COD. Ich check es einfach nicht. Ich werde es auch nicht checken. Aber für die Damen von euch und Herren, die unbedingt noch mal gucken wollten, haut rein.